Musik 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 Hä? Wie soll das gehen? Musik 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 Mal durch? Nö. Hey WTF? Ich laufe gerade den ganzen Weg nochmal zurück. Ich blick's nicht. Stopp. Falls es hier irgendwie weitergehen sollte. Meine Fresse. Jetzt ist ich 9 vorbei. Important. Turn only when both persons are dead. What? Ja wir waren beide drin. Oder? Ach so. Ja. Warte ich such mal kurz n Minecraft. Öööööööö. Boot. Minecraft VV. Hier, Minecraft. Pass mal auf. Ich fahr mal kurz rechts. Mhm. Geh mal weg. Ich will rausgehen. Au. Ich blick's nicht. What the fuck? Au. Au. Guck mal, ob hinter der Lava was ist. Ja, hier hört die Railway auf. Echt jetzt? Ja, ein paar Blöcke lang. Okay. Ich glaub, wir hätten hier runterfahren sollen. Ja, aber das geht ja nicht. Durch Lava kann man nicht fahren. Nicht mehr, wahrscheinlich. Ach so. Okay. Soll ich dich anschubsen? Ja, ja. Alter, wie lang fällt man hier? Äh. Ja. Das war zu wenig. Egal. Zu wenig? Egal, fahr. Ja. Yeah. Ach so, ach so, ah. Okay, ich glaub, wir hatten einfach ein Wetter zu wenig Speed oder... Ja, aber wir haben... Weil das nicht mehr funktioniert in der... In der neuen Version, meinst? Ja, weil jetzt bist du immer hier. Okay, warte. Das heißt, du meinst, wir hätten da einfach runterfallen müssen. Ja. Ähm, ich hopp ein bisschen tief in meinen Kopf, hab ich's Gefühl, ich seh kaum raus. Äh. Ups, bin ich da gestanden, das tut mir leid. Hä, wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt oben drüber? Nö. Lol. Wie kommst du da raus? Du musst hier rein. Ach so. Ach so, okay, okay, okay. Oh Gott. Also, es geht, das ist wahrscheinlich auch... Lol. Also, wie gesagt... Okay, was ist das hier? Arrgh! Ich würde dich nicht töten, aber es wird es unmöglich für dich, den Korn und mich zu zerstören. Ich werde meine besten Weapons nutzen, um die Korn zu verletzen, um es zu verletzen. Es wird nicht mehr... ...mär... 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 ...hint. No. Ich werde dich auf beiden Pressure Pläten, wenn die Räder-Torch ist, wenn die Räder-Torch ist, Defeating you takes less effort than slapping a baby. Not that I'd ever do that. Die Monster, you don't belong in this world. Jetzt geh mal schlafen. You know the difference between you and the you, five minutes ago? Five minutes ago? The you, five minutes ago, had five minutes... ...had five minutes to live. Willst du nicht schlafen gehen? Hab ich schon. Hell, I can already smell your rotting corpus. Okay. Lol. Oh, lol. Warte, 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 da stand doch, wenn... ...ne Fackel leuchtet. Ja. Stell dir da drauf. Ne, warte, die leuchtet nicht, jetzt leuchtet die da drüben. Die linke leuchtet. Ne, welche leuchtet jetzt? Die rechte, die rechte, hier. Lol. Schnell. Warte, die leuchtet nicht mehr. Die da hinten leuchtet. Okay. Oder. Aua. Welche leuchtet jetzt? Die am Eingang. Okay. Jetzt nicht mehr. Die leuchtet nicht mehr. Die leuchtet die da hinten. Ich nehm hinten. Oh. Leuchtet nicht mehr. Gegenüber! Komm schon. Das gibt's ja nicht. Jetzt leuchtet die hier wieder. Alter. Oh, nein, Spaß. Aua. Jetzt leuchtet die am Eingang. Warte, komm zu der hin. Komm zu dem. Mach ich doch. Ne, zu dem hier. Zu dem hier. Nö. Okay, gut. Tintisch weg. Jetzt warten wir, bis es am Eingang ist. Lol. Warte, wir warten, bis es am Eingang ist. Oh, Mann. Okay. Aua. Guck, jetzt ist das TNT auch weg. Wo, fehlt es jetzt noch? Ne, jetzt ist es wieder da. Nö. Ja, hier. Hier. Okay. Hey, das TNT kommt immer wieder. Hier? Ne. Hier. Zu spät. Nein, ich brenne. I burn, I burn. Oh. Hä? Wir sollen doch das TNT hier zerstören. Oder? Ja, wenn das Licht brennt. Das geht nicht. Oh, oh, hier, ich hab's geschafft. Hä, wie? Oh, nein. Doch, nein. Hä? Oh, fuck. Oh, oh, ich sterb, ich sterb, ich bin tot. Er hat mir ja da hinten geschlafen. Warte. Hell, I can already, okay. Das stimmt doch irgendwas nicht, oder? Was passiert, wenn... Nö. Mach's ich. Äh, du hast doch noch dein Feuerzeug. Äh, ja. Ich glaub, das ist... Das ging früher auch mal. Guck mal. Denn ich glaub, das TNT ging früher mal kaputt. Und sollte dann da runterfallen. Und ich denke, ich mach das mal, ich mach das mal kurz überall. So kann's, so kann's ich mir denken. Okay, das hier noch. Dann bin ich mal gespannt, was passiert. Warum hast du das Heck gemacht? Damit ich mir das da runter geht. Aber jetzt passiert... Nix. Warte. Guck mal, da unten in das Loch rein. Warte. Oh, oh, okay. Nicht was passiert? Äh, ja. Und zwar, ich glaub ich, dass da unten Steindinger sind. Dann... 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 ...